So, dann machen wir auch weiter in Level Nummer 6. Ach ja, ich sollte einmal speichern, falls was passiert. Was sagen wir schon, die Verfärbung von der Wand, dass sie nicht gepasst hat? Dieses Rot irritiert mich. Da kommen wir eh nicht lang. Hallo. Ach, die Mack, ja. Lass mal auf, wenn ich jetzt einmal gleich los schieße, dann kommen alle. So. So, du bekommst weg. So. Nämlich erstmal die zwei. Verfeuert ihn da. Ach, er, da kann der schwuchtelige Imp. So, da kann ich weiter. Hier komme ich noch nicht durch. Nein. 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 Das war's. Ich komme da gar nicht hoch. Ach so, dann muss ich es ja mal schicken. Kann ich noch nicht durch? Kann ich mal nicht hängig an? Okay. Okay. Ich glaube, da kommen wir auch, glaube ich, irgendwie nach da hinten hin. Das ist wahrscheinlich auch nur ein einmaliger Schalter, oder? Ein einmaliger, ein dauerhafter Schalter. Ja. So. Huch. Oh, warum? Kann ich dich? Unterziehen? Nein. Habe ich jetzt den Schalter gedrückt? Da habe ich noch mal Glück gehabt. Weil ich habe nämlich noch einen Arzt schreit. Jetzt gucken wir, dass ich... Irgendwo am Arsch da welt. Normalerweise sind das Treppen, die hochgehen. Aber mit dem kann ich nichts anfangen, da ich ja da nicht... Oh. Der Fug. Komm, schlagt euch mal, schlagt euch zu dem. Pohnen hat ja auch lange überlebt, wa? Okay. Da fu... Irgendwo ist eine Wand runtergegangen. Nein. Sag mal, wo kommt die alle her? Ach, das ist ja ein Zeug. Ach, da war ja. Das ist ja eine Wand. Ich glaube aber, da drüben konnte man, glaube ich, auch noch irgendwie hin. Ich habe mir das Gefühl, ob ich jetzt hier bin. Jetzt zu wohl die Hände von hinten war... du Affe! So... so... Ein Schaltos. So, da komme ich daheim. Ich habe bestimmt hier sicherlich noch Munition liegen gelassen, ne? So, äh, dann passt das. Was hab ich denn jetzt? Gelb. Der Fug! Ich kann ihn wieder voll machen, praktisch. Zu oben ist der blaue, zu dem müssten wir eigentlich praktisch jetzt kommen. Da haben wir die blauen Türen. So. 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 Auf Wiedersehen. so ich gebe mir jetzt kurz einmal alles so ich weiß eigentlich gar nicht ob wir da hinten überhaupt hinkommen also hinter ist ein schalter das ist ein normales exit jetzt aber ich glaube ich habe komplett dumm kreise komplett habe ich auch nicht dahinter gekommen also von daher somit bedanke ich mich fürs zugucken wir werden es dann gleich bei map 7 wieder sind